Das ist schon tiefer als das andere. Ist zwar kleiner gemacht, aber ist jetzt tiefer. Das war doch nicht so tief, oder? Nein. Ja. Das ist ja ganz schön dick gebrochen reingemacht durch mein Liebergeber. Aber einen steileren Ausstieg ist auch nicht. Aber da schwemmt das Wasser nicht so raus dann. Die haben die Kante glaube ich auch höher gemacht. Ja. Weil da wahrscheinlich zu viel Tor verloren gegangen ist. Ja. 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 Das ist ja wohl scheinbar ganz frisch. Ja. 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 Ich glaube da war noch gar keiner drin. Ich weiß nicht ob ich das zusammenschneiden soll. Ja. Ja. Ich glaube nicht oder? Nicht. Ja. 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 Und für die Kinder. Wahnsinn. Ja. 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 Es ist gar nicht kalt. theoretisch eine badehose dabei gehabt hätte ich aber das haben wir ja nicht gewusst hätte die auch reinflacken können die abbrinne den ablauf haben kleiner gemacht früher hat das wohl alles in see gewaschen da ist ja wärmer als in der matschepampe ja das hat alles hier rein gewaschen schön weicher boden muss auch reinkommen da liegen sogar noch die sägereste alles voll mal voller moorschlamm hier kies ist weg das liegt hier alles jetzt rum nehmen aber kein auf ludwig fertig Bring her raus, oder?